Aha, eine Bananen-Pille. Das sieht völlig zu sicher aus. Gut, kennen wir schon. Bananenschale? Aber was genau mache ich denn mit der Schale? Äh, ups. Oh. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Wir haben zumindest die Waffe mal benutzt. Ähm, eine Bananen. Das ist Natur's Cheesecake. Ist es nicht Zeit für deinen Lunchbreak, buddy? Schrapp. Und schrapp das Ding weg. Es ist gefährlich. Ich denke, das Mannholl-Kopper ist perfekt, wo es ist. Nett. Jetzt haben wir schon die Bananenschale. Ja. Okay. So. Oh. 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 Das war vielleicht etwas unerwartet. Ich meine. Ähm. Ja. Das geht tief in die fehlenden Bälle der amerikanischen Stadt. Das war's mit unserem Affenkollegen. Besonders jetzt haben wir echt die Banane hier hingelegt und der ist nicht mal drüber gerutscht. Das ist ja schon fast enttäuschend. Leider. Ein Paddleball-Toy? Skunk-Ape muss das rausgebracht haben, als er wusste, dass es magisch war. Wir müssen finden, welcher Store er es von hat. Ähm. Tja. Dann geht's direkt weiter. Das ging ja schnell. So. I can make out part of the name of the store that came from, but no address. Success! A new destination has been revealed on your space. Spielzeugladen. Und First Try. Ich hab's beim First Try geschafft. Nicht schlecht, ne? Wie werden wir immer einen Skunk-Ape finden, Sam? Alle diese Straßen sehen die gleiche. Schau mal, Max. Sie sind komplett verschiedene Straßen. Es sind Moll-Mann. General Skunk-Ape ist schweizend Moll-Mann. Ähm. Spoiler-Warnung, Harry. Sheesh. Schraube deinen Telefon. Das ist, wie er dich kontrolliert. Es ist Moll-Mann. General Skunk-Ape ist schweizend. Bedeckt eure Augen. Ich hab's hier geflogen, aber kein Skunk-Ape. Aha! New York's lackadaisical Business-Hours gewinnt wieder. Aber Skunk-Ape wird wieder in der zweiten Minute, mein Junge. Wir wären besser bereit für ihn. Was werden wir tun, wenn er aufstehen wird? Ich weiß noch nicht. Jawohl. Witt. Naja. Witz. Die Nippel. Ich bin schon ganz wuschig. aus. Ich bin schon ganz wuschig. Das will ich damit sagen. Komm, wir lesen mal. Ja. Gibt's hier was zu lesen? Nee. Schau, Fenster. Hm. Wäre möglich. Sorry about the misspelled sign. Das wird sein. Achso, okay. Musst du das nochmal kurz lesen. Und zwar... Ah, wups. Einmal hier. Okay. Des Weiteren noch Sam. So you have found me at last, Freelance Police. That will make everything so much easier. And you have brought the elusive toy right to me. Yes. Yes. Uh-oh. Nein. Engines to full power. Yes. Destroy the city. Look familiar. I certainly hope that you are paying attention, my friends. Because our story seems to have hurtled to its inevitable conclusion. No longer can you blindly mash buttons to unleash a torrent of irreverent banter and comic mischief. Now you are all that stands in the way of the total annihilation of the planet Earth. The villain has made his move. The players are yours to command. Only you can return General Skunkape to the penal zone. Tja, wo wären wir denn hier schon wieder gelandet? Wer sich noch an den Anfang des Spiels erinnert, weiß genau, wo wir sind. Ich trinke nie, wenn ich auf der Falle bin. Don't drink a drive. Da hinten ist übrigens noch das Bild. Und Stinky ist auch in einem Käfig drin. Sam und Max? Don't tell me, Skunkape wants you guys to be his love-Slave too. Äh. You'd be surprised just how many fetishes there are, that involve Sam and me. What are you doing locked in here, Stinky? I've got no idea. I assumed it was Grandpa Stinkys fault. Das ist schon ein komischer Fetisch. Also mit Sam und Max zusammen, ich weiß ja nicht. Why aren't you out there on your throne? Yeah, isn't Skunkape your boyfriend? Eww. He wishes. He is so not my type. You only have to date an evil gorilla once to learn never to make that mistake again. Ah, we've all been there, girlfriend. Ja. Ist nicht so übel, ist ein Arsch. Ja. Ja. Wie war das Grandpa Stinkys fault? Er hat immer noch und noch über Skunkape über den Skunkape, seit er landete. Das ist der Typ der Mann, der du mit innen solltest. Er hat ein Zukunft. Ugh. Ach ja. Handy. Did you lose yourself a- Hang on a second. I am your love monkey. Yes. Hi, Skunkape. I see you. That's very clever. He's been texting me nonstop. I tried to throw the phone away just to get away from it. Yeah. Dann wird das wohl nichts. Eindeutige King-Kong-Anspielungen sind eindeutig. Du musst uns helfen, diesen Kerl, Skunkie. Alles klar, lass mich wissen, ob du irgendwelche brillante Ideen hast. Ich denke, du bist zu hart auf Skunkie. Er ist einfach nicht verstanden. Oh ja? Äh, habe ich nicht verstanden, das Bild, das er mir hat? Ich denke, ich sollte jetzt ein Kleid machen. Der Skunkie hat auch viele gute Punkte. Name einen. Er muss ziemlich smart sein, von einer älteren Kulturen zu sein. Oh ja, er ist ein Genie. Er hat eine Stunde versucht, sich auf das Statue der Freiheit zu schießen, bevor seine Minionen erinnern hat, dass es ein Statue war. Also, flachlegen im Sinne von flachlegen oder flachlegen? Oh ja. Der ist doch ein ganz süßer. Oh ja. Er ist super stark. Und er deflects bullets. Das kind of thing may impress Sibyl, aber es macht nichts für mich. Hmm. Er hat seine eigene Spasche. Ich habe erinnern. Das kann impressierst euch, aber... Er hat die Keys zu deinem Käse, damit er kann dich raus. Aber dann wird sie nicht mehr mit uns sprechen. Er hat sich nicht mehr mit uns sprechen. Juhu! General Skunkapé! Wir sind alle bereit, Max. Jetzt müssen wir uns aus dieser Käse raus, damit wir das Käse wiederholfen können. Und nun... Machen wir mal folgendes. Und jetzt... Das Zukunftsgerät hat er uns übrigens abgenommen. Und wer sich noch erinnert... An das Intro vom Spiel... Wir rufen einfach mal Stinky an. Wir sind hier nicht mehr da. Wir sind schon gut, Freelance Police. Jetzt müssen Sie die Becken abgedeckt auf und schränken die Vorbewerse auf Spunkapé in der Mitte. Wir sind da. Jetzt、beutze diese toyzen! Was das? Für die. Uh-oh. Uh-oh. Can you believe that guy? Skunk Ape knew what we were going to do the whole time. He just wanted to rub our noses in the penal zone, so to speak. I don't like being in the penal zone, Sam. You're not supposed to, Max. It's a horrible plane of non-existence forever trapped between reality and unreality. Yeah, that and also that beeping noise is really getting on my nerves. Turn around, Max. Skunk Ape strapped an anti-matter bomb on your back while we were out cold. Get rid of it. Jeez, what a jerk. We gotta get out of here, Max. Pronto. Oh-oh. So, übrigens mal angemerkt, ich finde das gerade ziemlich cool, dass wir jetzt den, okay, etwas verwirrend hier, dass das Ganze jetzt doch nicht so gelaufen ist, wie wir eigentlich geglaubt hatten. Weil er ja jetzt auch in die Zukunft sehen konnte und deswegen die Zukunft verändert hat, was eigentlich auch ein ziemliches Paradoxon ist, aber naja. Ich glaube, ihr wisst die Problematik mit Zeitreisen, beziehungsweise in die Zukunft sehen. Wir haben ja nicht mal direkt eine Zeitreise begangen. Wenn ich meine high-tech-futuristischen Explosive-Device kenne, dann ist das eine Anti-Matter-Bomb, die die gesamte Penal-Zone und alle in der Mitte. Und es wird auf jeden Fall weggehen. Wirklich, Sam? Auf jeden Fall? Well, vielleicht habe ich etwas zu verweigern, aber es ist doch besser, dass es nicht so gelaufen ist. Achso, da wollte ich auch nicht drauf. Und zwar auf meine hübsche Kiste. Hier haben wir irgendwas. Das ist schon, ist schon ein bisschen surreal mal wieder. Auch dezent verstörend mit der Musik. Funktioniert das Ding hier überhaupt? Gott. Achso. Hier ist Sam. Ich kann das Teil hier aber auch nicht benutzen. Telefon. Klappt das? Klappt das? Willkommen zurück, Sirs. Uh, was hat sich gerade passiert? Ich habe ein Spiegel in Anti-Matter-Radiation. Also habe ich auf den Signal von deinem Beacon gezwungen und verabschiedelt die Polarität des Dimensional Stabilizationsfeld. Ja, ja. Just sag uns, wie wir zurückkommen bei Skunk Ape für crimes gegen die Freelance Police. Und Humanität. Ich sage, wir ihn in Klappt-Beräckern und schüren ihn zu starven Raccoons. Du hast es nicht zu verabschieden, in der Penal-Zone? Ich würde nicht sagen, wir haben es nicht zu verabschieden, sondern vielleicht nicht zu verabschieden. Und wir haben die Penal-Zone mit einer Anti-Matter-Bomb gezwungen. Oh, mein Gott. Wie kann ich mir helfen, Sam und Max? Dr. Mama Bosco hat die vollste Sicherheit für einen totes Bürger, Herr Präsident. Dann würde ich sagen... Wie werden wir jetzt zu verabschieden, Skunk Ape zu verabschieden? Mit der Penal-Zone verabschieden, wir haben keine Möglichkeit, ihn zu verabschieden. Unless... Du kannst eine andere Penal-Zone machen, woanders. Ich rieche ein Konvoluter Plan zu kommen. Mit einem SID-Order von Hand-Waving-Technical-Nonsense. Extra-Krispie. Bevor ich den Destabilizationsfeld habe, ich arbeite auf einem Dimensional Rift-Generator. Es wird nicht öffnen einen Gateway zu einer anderen Dimension. Es ist eigentlich eine andere Dimension. Das Problem ist, dass du ein Nexus von Leil-Line findest, um es zu funktionieren. Ein Ort, wo die Grenze zwischen Realität und Nonsense zerbrochen hat. Es gibt einen von diesen in der Stadt, Frau. Es ist bei 1313 Strait Street. Das Adresse klingt familiar. Das ist unser Bild. Das erklärt einiges. Also, du sagst, dass wir Skunk Ape in unser eigenes Bild schrauben? Also, irgendwie. Du wirst eigentlich deine Bildung in eine alternativen Dimension verabschieden. Also, es wird nicht mehr mehr existieren. Ich bin Angst, dass es der einzige Weg ist, Sirs. Ja, auf der Plus-Side. Wenn es nicht existiert ist, denkst du, wie viel Geld wir auf Rente schrauben. Wir bezahlen nicht, Max. Ich wollte eben schon sagen, wenn die Miete zahlen, das wäre ja schon sehr mysteriös. Wie funktioniert dieser Rift-Generator? Du wirst es einfach in den Rift-Generator verabschieden. Nachdem funktioniert es einfach wie der Destabilizator. Wenn Skunk Ape is wearing that homing beacon, he'll get pulled into the new Dimension. The trick is finding enough power for it. Do you have any more of those power cores lying around? No, I never did get that back. But even so, it would have taken a hundred of those things to give enough power to a dimensional Rift-Generator. It's over there, with the other inventions that are a deadly radiation hazard. Hm. Can't we just use that Destabilizer thing to open up another gateway? Not now that the Penal Zone has been destroyed. You'll have to use Mama Bosco's Rift-Generator to create a new Penal Zone. Okay. See you on the other side, Dr. Mama Bosco. So viel dazu. We'll be careful with your Rift-Generator, Mama Bosco. Just make sure you don't turn it on until you've got that homing beacon on General Skunk Ape. Okay. Müssen wir dafür nicht erst in unsere Hütte? Ups. Ich glaube... Moment, wir können noch mal gucken. Wenn wir schon mal hier sind... Nee. Okay. Ich nehme noch mal das Teleportations-Telefon. Und zwar jetzt wirklich zu Sybil. Beziehungsweise zu ihrem Telefon. What do we do now, Sam? I don't know. The power is out in the whole building. Okay. Anscheinend müssen wir ja wieder in den Untergrund. Das Raumschiff ist hier übrigens weg. Erklärt sich. Er ist ja weggeflogen. I don't know how to escape to the penal zone, Sam and Max, but you will never escape my disintegrator eyes! ok ja na Beilung cool voll die Action Sequenzen ok Freunde ok also unser Gebäudekomplex hat also keinen Strom mehr ok den kannten wir schon immer diese Witze hier Kellenspielzeug Peilsender brauchen wir auch nicht ja wir sollten doch hier nach unten ja gucken wir mal was hat denn das zu bedeuten ich ja genau so wird es sein aber exakt so das machen wir denn genau das ist so skurril auf allen Ebenen ja gut stimmt wir können jetzt erstmal den Peilsender anbringen ich wollte erstmal sehen wie wir wieder den Strom hier einschalten aber wir können natürlich nochmal an Bord des Raumschiffs ja ok das ist so das ist so das ist so